hallo und herzlich willkommen zurück zu garris mod auf einer weiteren hohemap synapsen klatscher ist wieder da hallo hallo meine beine sind nass deine beine ich wollte ich wollte jetzt eigentlich sagen meine hose ist nass aber ich glaube das wäre dann ein bisschen falsch rüber gekommen das ist so ostdeutsch so meine beine nur meine beine grüß euch leute die taschenlappe geht hier komischerweise und es gibt hintergrundgeräusche ja ich hab's gerade gehört gut gehen wir mal los hier nimm die tasche mit dort drüben siehst du deswegen wird es bestimmt okay du musst bestimmt den hebel runter machen ne findet den schlüsselstand und guck wo steht das auf dem bildschirm ich habe mich gesehen das sind in übrigen keine hebel das sind fackeln so wie es aussieht ja fackel stand da ne dachte ich mir auch schon erschlag mich ja nicht mit dem ding also halt lieber abstand sag mal wenn du hinter mir bist so ich bin hinter dir ich mach dir ein bisschen frei unter'm arsch schön freut mich da hoffnung dass die hier was war denn das keine ahnung wo bist denn du naja ich muss mal deine deine laterne einfach weiter naja ich musste deine laterne entsorgen weil sonst wäre ich nie weitergekommen ich bin runtergefallen von irgendwo ok lächst du doch nochmal noch durch ja ja ehrlich ich bin ja ganz allein ich kann laufen ja was hast du für ein boden leben boden und backsteine sind links und rechts also ok ich bin jetzt auch gerade eine treppe runter wo bist du ja immer noch im schacht lauf mal weiter so ich bin gerade ich bin gerade im kreis gelogen weil ich bin gerade an meiner laterne wieder vorbei echt gestützt sich nie ab nö warum denn das nicht keine ahnung jetzt mal gerade aus weiter boah was da war jetzt bin ich äh ja hm irgendwo also ich sehe gerade so ein so ein gitter-tor-dingsbums was offen ist ok also ich werfe gerade die treppen nochmal runter ich bin nochmal zurück gelaufen weil ich dachte dass du zurück kommst na warte mal das geht ganz schön weit runter hier ach ja sehr weit runter ich bin jetzt schon gute 50 Meter unten ok 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 das sieht aus wie ein Bunker boah jetzt sieht es nicht aus oh hä jetzt bin ich bin im Schacht hier sind Pfeile ach warte mal hier ist ne Tür hier ist meine Lampe hier ist zu toll find okay finde ich super ach hier warte mal bleib mal stehen lauf mal nie weiter hä wo bist denn du lang gelaufen in den Schacht links oder rechts geradeaus und dann äh dann stand ich hier irgendwo im nirgendwo hier ist die Taschenlampe von dir die Taschenlampe naja die ach das ist das das Lämplein das ist deins nein ich bin gerade eine vorbeigelogen ach so so ich habe jetzt hier irgendein Gitter kaputt gemacht ok naja nur ich bin aber an dem Gitter vorbei nein ein Gitter was man kaputt machen kann ja ich bin aber dran vorbei wie dran vorbei ich habe das gerade kaputt gemacht hä ich verstehe dich nicht jetzt habe ich irgendein Knopf gedrückt ich bin hier jetzt in den Raum mit dem Bett in Regal und haufenweise Kisten ok ok ich denke hier weil ich habe hier nirgendwo was wo ich land laufen kann also ich kann zwar schon land laufen aber uah scheiße was ist denn jetzt kaputt da kommt irgendwas ok oh und du bist tot ne doch ah ne du hast jemanden getötet so boah boah weil das gefällt mir schon mal hehehehehe hehehehe hehehe das gefällt mir schon mal der ist gut hehehe hehehe hey ich muss hier jetzt irgendwo n Schlüssel finden das mit dem Schlüssel hatten wir doch vor uns schonmal mit dem Bossa ist das dort denn? nein das ist was ganz anderes was habe ich denn hier gefunden? ich bin hier bei so einer Matratze Amorbatterie was ist denn jetzt kaputt? eieieiei das siehst du dann in der Aufnahme also ich hab's ich hab's zwar gehört aber mehr auch nicht warte mal ah warte mal boah wir sind schon wieder zwei Zombies oh oh hier randaliert jemand nein ich hab zwei Zombies kaputt gemacht nee bei mir hat grad jemand randaliert achso verdammt nochmal wo bist du? ja das wüsste ich auch gern boah 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 war das jetzt bei dir? ja boah alter boah kriegst du ja herz kasper armorbatterie noch eine läuft gefällt mir also ich hab hier den Schlüssel jetzt gefunden no schön ich muss den Kasten aber öffnen damit ich den Schlüssel kriege dazu ist ein Pin nötig oder ist das ein Schlüssel? ja das ist ein Schlüssel so ich bin bei einer Sackkasse gelandet schön raum opf hipp hipp gehen wir mal hier lang hier ist ja auch wieder sowas aha achso aha ach warte mal hier hängen Bilder oh hast du schon irgendwelche zahlenkombinationen irgendwo gesehen ich sehe hier nur wände mit irgendwelchen gittern und so ich finde mich gerade irgendwie überhaupt nicht so recht ich glaube ich würde mich auch nicht mehr zurückfinden weil keine ahnung ich versuche dich mal zu finden bleib mal dort wo du bist oder kannst du zurück in den schacht kommen nee jetzt ist die offen ich nehme an du bist hier lang gegangen war das schacht bei dir und für uns größer mehr mal größer mal kleiner hast du eine lampe ja wenn ich hier ohne lampe rum und wurde immer ein kacken aber du bist nie wieder an dem an dem pool rausgekommen oder nein wo wir gestartet sind nein nein sagt er ja dann bist du auch irgendwo durchgeglitscht durchgefallen kann gutmütlich sein nein es tötet mich da verfolgt mich was endlos ergangen scheiße ich würde mich jetzt am liebsten auch töten nein kommt dass wir jetzt hier rein hörst du das geräusch es kommt oder soll ich die türe öffnen das machen das machen die ist abgeschlossen die liegen schon wieder puppen rum und ich habe keine keine waffe mehr schlicht aber auch nicht ich glaube jetzt irgendein Gang entlang der besteht auch aus Metall ist das Ende? hier geht es nicht weiter wie enttäuschend was? das ist eine Sackkasse hier mhm habe ich etwas übersehen? natürlich, jetzt checke ich hier noch eine Sackkasse drin dann musst du zurückgehen komisch, jetzt nicht mehr das ist ganz schon verwirrend oh, ein Loch ich bring mal shotgun has been unlocked schön wo bist denn du? immer noch in dem Tunnel, Bunker oder was auch immer das sein soll ich habe keine Lampe ich habe keine Lampe doch, jetzt habe ich wieder eine ich würde dir echt gerne helfen, aber ich weiß ehrlich gesagt, wo du bist, also wie ich dort hinkomme und ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll ich weiß nur, dass hier eine Tür ist, die ich nicht öffnen kann, weil ich den Schlüssel suchen muss ja, ich habe vorhin so hoch das mit dem Schlüssel aber ich habe die Zahlenkombination ach doch, hier hier ist er doch 62,91 musst du denn Schlüssel, ist der in so einem Kasten drin, der Schlüssel? ich weiß nicht, wo der hier ist ich hole den Netzer ich hole den Netzer was habt ihr gesagt? 62,91 mhm du müsstest ja jetzt auch die Schrottwinde bekommen haben, richtig? keine Ahnung muss ich mal gucken zumindest stand das bei mir so dass ich sie jetzt nicht ich habe gar nicht gekriegt nö war das gerade bei dir? ja ok was? die Schrottwinde? ne irgendwas mit so einem Sprühdinger? nö ich habe Angst so ich bin jetzt beim Schlüssel so 62 hab ich jetzt den Schlüssel aufgenommen? oder ist er jetzt so verschwunden? keine Ahnung gut äh ich komme jetzt so zurück mal sehen wo ich lande äh wo muss ich hin? ach so hier lang hier lang? ja ich glaube ich muss rechts lang und hier links lang ich glaube ich muss im Kreis oder? ja ja beschreib mir mal deine Umgebung wie sehen die Wände aus? Metall? Steine? steine? alles stein alles stein alles stein so ich habe jetzt sie geöffnet fließen gut also die Schrottwinde geht immer noch nicht auf ich weiß nicht wo du bist ganz ehrlich ich bin hier in einem Raum Fliesenraum sieht so ein bisschen aus wie Keller ja keine Ahnung mit Backsteinbänden da war ich doch vorhin so hä? das ist ja ziegelig gemäure ne? ja ja ne war ich doch vorhin so und hier komme ich nie weiter aber ich komme dort nicht mehr hin wo du bist naja naja was hast du denn da hier gemacht? äh was habe ich denn da gemacht? ich bin da vor uns auch abgestürzt da bin ich ja auch dort gelandet da musst du die Treppen runter gehen naja aber ne hier sind keine Treppen mach mal Pause wie Pause wie Pause? na Pause eben naja warte mal noch ein paar Minuten luftet einfach mal rum du fängst an wenn du in dem Raum bist wo du gelandet bist läufst du erst rechts rum na wenn du dort nichts findest ja ich hab dann nimmst du die nächste und läufst du da rechts rum ich hab ich hab schon alles ich bin schon alles durch gelogen ich 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 lauf die ganze Zeit hier schon rum Okay, äh, liebe Zuschauer, da mache ich jetzt mal hier Folgenpause. Und selben wir uns dann in unserer nächsten Folge. Genau, machen wir mal so. Gut. Na dann, äh, ja, selben wir uns dann Synapsenklatsche, oder? Ja. Gut, dann. Tschüssi. Tschüssi.